Der Mund des Menschen hat verschiedene Funktionen. Zum einen dient der Mund zum Essen. Und zum Essen hat der Mund natürlich zuerst einmal die Lippen, mit der er die Nahrung spüren kann. Dann hat er die Zähne, um mit den Zähnen die Nahrung abzubeißen, insbesondere die Schneidezähne und die Eckzähne. Dann kann er mit den Backenzähnen die Nahrung zerkleinern. Dabei spielt die Zunge auch eine gewisse Rolle, um den Speisebrei zu bewegen. Und dann geht die Nahrung weiter in den Rachen und dann wird es geschluckt und es geht weiter zur Speiseröhre und in den Magen. Also eine Funktion des Mundes ist Nahrungsaufnahme. Eine zweite Aufgabe des Mundes ist natürlich die Kommunikation. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Ich spreche ja jetzt zum Beispiel über den Mund. Und hier hat der Mund die Aufgabe zu sprechen. Also über den Mund kannst du Worte formulieren. Kommunikation geht aber noch anders bei dem Mund. Du kannst zum Beispiel die Lipp-Mund-Winkel nach unten geben, nach oben geben. Also auch die Gestik und beziehungsweise die Mimik geschieht vieles mit dem Mund. Und du kannst natürlich auch mit dem Mund küssen. Auch das dient der Kommunikation und dem Austausch.